So, auch von mir nochmal einen guten Morgen an euch alle. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen mehr. Kommt mal mit. Ja, wie der Dirk gerade schon gesagt hat, der Golf 7 wird abgelöst, der Golf 8 steht in den Startlöchern. Am Donnerstag geht es los. Am Donnerstag beginnt die Vorbestellungsphase für diese Fahrzeuge. Das heißt, ab Donnerstag könnt ihr auf der Volkswagen Internetseite euer Wunschfahrzeug zusammenstellen. Gerne könnt ihr natürlich auch vorbeikommen und wir machen das zusammen und helfen euch dabei. Am Freitag ist dann die offizielle Markteinführung für das Fahrzeug. Das heißt, ab Freitag könnt ihr diese Fahrzeuge dann auch bei uns bestaunen, fühlen, erleben und sehen. Am Samstag haben wir was Spezielles für euch vorbereitet und zwar am Samstag sind wir mit der kompletten Verkäufermannschaft da und haben uns gedacht, wir machen ein bisschen was mit euch. Und zwar wird es Glühwein geben, es wird selbstgemachte Waffeln geben und wir werden mit euch viel über den Golf reden. Das heißt, auch am Samstag, wenn ihr möchtet, die ersten Probefahrten durchführen. Hierfür laden wir euch natürlich sehr gerne ein von 9 bis 13 Uhr. Schaut gerne vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. Und das Gleiche zählt natürlich auch für unseren Standpunkt in Bad Homburg. Auch in Bad Homburg ist die Verkäufermannschaft für euch da und hat das gleiche Programm für euch. Ein kleines Schmanko haben wir uns noch überlegt bei der ganzen Sache und zwar für jeden, der bis zum 24. Dezember einen Volkswagen bei uns bestellt. Für den gibt es noch mal einen 500 Euro Gutschein extra on top. Den könnt ihr dann für Zubehör, Service oder einfach als Rabatt für euer Auto noch mal zusätzlich sehen. Vielen Dank, macht's gut. Ich freue mich, wenn wir uns Samstag sehen.